Komm, wir spielen jetzt wie man noch die Flasche trinkt. Wie man, ah manja, damit du wieder quetschen kannst. Hä, nein. Aber wir mussten immer, guck mal, in der Schauspielschule mussten wir immer, zum Beispiel hier, du nimmst so einen Tee und dann nimmst du den Teebeutel raus, weißt du? Ja. Aber als ob du, und du musst so trinken, als ob du nichts hast. Und das gleiche machen wir jetzt mit Flasche. Halt fest! Ja. Wo ist deine Flasche? Ist sie vielleicht auf 0,2 links geschrumpft? Und das ist eine Glasflasche, die wird leerer, Junge. Die wird leerer. Die wird immer leerer. Und jetzt willst du den letzten Tropfen rausholen. Den letzten Tropfen. Den letzten Tropfen. Den letzten Tropfen, Junge. Ah!